Was geht ab, Leute? Wir sind hier in New York angekommen. Ganz kurz, ein schönes Lied. Ich war noch niemals in New York. Ich will keiner sehen. Alles klar, wir sind in New York. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Wir sitzen gerade in einem Jeep. Es wurde gesagt, dass es ein Taxi ist. Wir sind gespannt. Der John hat das klar gemacht. Ihr kennt alle den Filmen Man in Black. Da oben. Wartet. Da oben wird es gedreht. Diese eine Szene. Wo das Alien versucht abzuhauen und Will Smith in der andere Chaoten die bekommt. Geiler, Lef. Wir sind da. Hier ist euer Album gemastert. Alter, was ist das? Das ist ein cooles Schild, ey. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ja, aber es geht ab. Wir sind auf jeden Fall jetzt definitiv da. Auf jeden Fall ist es jetzt hier in New York. 9.02 Uhr. Und in Frankfurt ist es 15.02 Uhr. Hier. Und irgendwas stimmt mit den Handys nicht, weil wir können nicht nach Hause telefonieren. Ich habe mir ganz kurz... Die nach Hause telefonieren. Nach Hause. Ich habe mir am Flughafen eine Guthabenkarte gekauft. Für 15 Euro. Ich habe eine SMS geschrieben am Flughafen. Die zwei am Flughafen noch in Deutschland. Und eine hier. Ich habe eben gerade versucht, eine zu schreiben. Und da stand, die Ausführung konnte nicht ausgeführt werden. Was auch immer. Weil ihr Guthaben nicht ausreicht. Da habe ich mich kurz gefragt. Wahrscheinlich hat er dann die eine SMS 5 Euro gekostet. Die zweite auch. Und die dritte auch. Weil jetzt ist es anscheinend die 5.02 Uhr weg. Aber hey, yo. Fuck it. Fuck it. Amerika. Kors Lightbeer schmeckt scheiße. An dieser Stelle. Ja. Bis die Tage. Alle Guthen. Ja.